Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie in der App InstaVision noch etwas an Geschwindigkeit rausholen können, um auf Ihre InstaIP-Kamera hinzuzugreifen. Ich zeige Ihnen das jetzt hier einmal. Und zwar sehen Sie, wir haben die App geöffnet und die Kameras laden entsprechend unterschiedlich lange. Manche sind sofort da, manche andere dauern etwas länger. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal die technischen Unterschiede zwischen den Kameras, wie sie hinzugefügt worden sind bzw. wie die Zugriffsvarianten funktionieren, damit Sie das einfach verstehen und entsprechend dann in Ihrer App anpassen können. Grundsätzlich ermöglicht Ihnen eine Insta-Kamera zwei Arten von Verbindungen. Das eine ist die P2P-Verbindung und das andere die DDNS- bzw. IP-Verbindung. Der Vorteil von P2P ist, es ist super einfach und es ist keinerlei Routereinstellung von Ihrer Seite her notwendig. Es funktioniert zudem mit IPv4 als auch mit IPv6-Internetanschlüssen. Der Nachteil ist jedoch, es ist langsamer als DDNS bzw. IP und es gibt etwas weniger Einstellmöglichkeiten innerhalb der App. Vorteile von DDNS sind hingegen eine schnellere Verbindung als bei P2P. Es gibt alle Einstellmöglichkeiten und HTTP und HTTPS sind optional auswählbar. Der Nachteil ist jedoch, man braucht einen IPv4-Internetanschluss und man muss im Router eine Port-Konfiguration machen, damit man entsprechend zugreifen kann. Wenn wir uns jetzt das Ganze einmal anschauen, dann sehen wir jetzt hier eine P2P-Verbindung, die aufgebaut wird und da haben wir einmal dann unser Smartphone und wir haben unsere Kamera. Hier haben wir den Router, denn das ist hier Router von zu Hause, wo die Kamera dann angeschlossen ist. Und hier haben wir die P2P-Master-Server und hier die P2P-Relais-Server und das erkläre ich Ihnen gleich, was genau die machen. Jetzt ist es so, die Kamera meldet quasi in einem gewissen Takt die Daten. Das nennt sich quasi Heartbeat. Das heißt, die Kamera sagt, wie und wo sie erreichbar ist. Und wenn Sie jetzt einen Verbindungsaufbau machen wollen von Ihrem Smartphone, dann verbindet das Smartphone, macht eine Anfrage an den P2P-Master-Server und der P2P-Master-Server sagt der Kamera Bescheid, da möchte sich jemand mit dir verbinden. Und wenn alles klappt, macht dann das Smartphone und die Kamera eine Direktverbindung untereinander. Sollte das jedoch schief gehen, dann würde die Kamera jetzt die P2P-Relais-Server verwenden und dort einen Tunnel aufbauen, um mit diesem Tunnel dann zurück zu Ihrem Smartphone zu kommen und das Video zu übertragen. Schauen wir uns jetzt im Gegensatz dazu die DDNS-Verbindung an. Wir haben das gleiche Ausgangsszenario, ein Smartphone, Ihre Kamera und einen Router und anstatt einem P2P-Server haben wir jetzt einen DDNS-Server. Jetzt ist es so, dass Ihr Router bzw. Ihr Internetanbieter gibt Ihnen alle 24 Stunden eine neue IPv4-Adresse. Die Kamera erkennt das und sendet immer die aktuelle IPv4-Adresse von Ihrem Internetanbieter an den DDNS-Server. Dort wird das Ganze dann verknüpft mit Ihrer DDNS-Adresse. Und beim Aufrufen der DDNS-Adresse hat man so immer die aktuelle IPv4-Adresse, die entsprechend mit dem DDNS-Account verknüpft ist. Wenn das Smartphone jetzt eine Anfrage macht, dann ist es so, dass das Smartphone fragt jetzt beim DDNS-Server an, was ist die aktuelle IPv4-Adresse. Dieser gibt dann diese Adresse zurück und anschließend tut das Smartphone dann auf Ihren Router zugreifen, also auf diese IPv4-Adresse. Dort kommen wir dann an Ihrem Router raus und der Router weiß anhand des Ports, den man zuvor per Portweiterleitung freigeschaltet hat, auf welches Gerät man zugreifen möchte. Und somit passiert dann die Weiterleitung auf die Kamera und Sie sehen dann entsprechend das Bild der Kamera. Diese Art des Zugriffs ist quasi ein direkter Zugriff. Das heißt, Sie greifen direkt auf Ihren Router zu, der leitet Sie weiter auf die Kamera und deswegen ist dies auch der schnellste Zugriff. Und jetzt zeige ich Ihnen das Ganze dann nochmal innerhalb der App, wie das Ganze aussieht und was man für Einstellmöglichkeiten hat. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anhand unserer App anschauen, dann sehen wir hier, dass die oberen Kameras sind per HTTPS hinzugefügt, die mittleren per HTTPS und die untere ist per P2P hinzugefügt. Hier ist hinzu zu sagen, dass aktuell dieser Zugriff auf eine Kamera in Deutschland stattfindet, aus Asien. Das heißt, da sind entsprechend eine Distanz dazwischen. Deswegen dauert es auch etwas länger als jetzt, wenn Sie innerhalb von Deutschland zugreifen. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal innerhalb der Einstellung an. Und zwar haben wir in den Kameraeinstellungen, wir haben die Kamera einmal hinzugefügt mit der DDNS-Adresse. Das einmal mit mit IP, also mit lokaler IP-Adresse und einmal ohne lokaler IP-Adresse. Das Ganze haben wir dann nochmal gemacht mit HTTPS, einmal ohne IP-Adresse, also die lokale und einmal mit. Hier ist hinzu zu sagen, wenn Sie einen Router wie zum Beispiel die Fritzbox verwenden oder einen anderen Router, der das Ganze sowieso intern umleitet, wenn Sie aus Ihrem lokalen Netzwerk zugreifen, ob das jetzt Ihr Router kann oder nicht, das muss man einfach einmal testen. Die Fritzbox kann es auf jeden Fall, was ja die meisten Kunden haben. Und dann können Sie die lokale IP-Adresse in der App entfernen. Dadurch wird der Zugriff auch nochmal etwas schneller. Das hat man jetzt hier in dem Beispiel nicht ganz so tragisch gesehen, da der Zugriff sowieso über das Internet von weit weg her erfolgte. Aber sagen wir zum Beispiel, Sie sind jetzt in einem anderen Netzwerk, wo auch die IP-Adresse der Fritzbox verwendet wird, also 192.168.178 und dann irgendwas anderes. Dann würde jetzt die App erstmal versuchen, die IP-Adresse der Kamera aufzurufen, also wie sie auch bei Ihnen dann quasi lokal wäre. Und wenn das dann nach einer Zeit X nicht erfolgreich war, dann würde das per DDNS erfolgen, der Zugriff. Und ja, diese, ich sage jetzt mal Millisekunden, die kann man sich natürlich dann schon sparen, indem man einfach die lokale IP-Adresse entfernt. So, Sie sehen das Ganze jetzt hier in den Einstellungen. Wir haben das quasi einmal mit der lokalen IP-Adresse und wenn wir einmal auf die andere Kamera wechseln, dann haben wir das ohne die lokale IP-Adresse. Also da würde ich empfehlen, das wie gesagt zu entfernen. Und ansonsten hat man natürlich bei HTTPS auch einen gewissen Unterschied. Das heißt, HTTPS, da wird alles verschlüsselt übertragen. Dementsprechend dauert die Übertragung ein kleines Stückchen länger als bei HTTP. Und ansonsten bei P2P dauert es, wie gesagt, halt am längsten, dadurch, dass die Verbindung oder für den Verbindungsaufbau die Server verwendet werden müssen und somit der Verbindungsaufbau am längsten benötigt. Und ich hoffe, dass Sie jetzt sehen konnten, wie das Ganze funktioniert, wie man es halt auch entsprechend verbessern kann und hoffe, dass Ihnen da entsprechend weiterhelfen konnte. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Denken Sie dran, wir verlosen jeden Monat unter allen neuen Abonnenten in unserem YouTube-Kanal eine neue Insta-IP-Kamera der 2K-Plus-Serie. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Dann verpassen Sie auch kein weiteres Video mehr. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und viel Spaß mit den nächsten Videos. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020